Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst und Gartentechnik. Ich will euch ganz herzlich einladen zum Testen. Und zwar habt ihr bestimmt auch das Problem, ihr habt irgendwo in einem Haus oder Straße, Gehsteig irgendwo so ungeraut, wo aus den Fugen raus wächst. Und ihr wollt euch nicht über runter buckeln und das auszupfen. Und wenn ihr eine Motorsense Freischneider habt, mit der Getriebemaschine, die entsprechend Power und Leistung hat, dann könnt ihr das mit so einer Fugenbürste bekämpfen. Zwar ist da Ersatzfaden, Adapterscheiben dabei und das wird einfach an der Motorsense festgemacht. Das ist jetzt die große, also ich empfehle da Freischneider mit mindestens drei PS Leistung, also dass ihr entsprechende Power habt. Wenn ihr so einen Freischneider habt und so eine Hofffläche habt oder anderes, dann macht ihr eine schöne Bewerbung, dann kriegt ihr das Teil kostenlos zum Testen zugeschickt und ihr dürft es nach einem Test auch behalten. Ihr müsst halt bloß dann entsprechend über die Bedingungen hören, was schreiben zu dem ganzen Thema. Ist kostenlos wie gesagt, wenn ihr es nicht macht, könnt ihr es natürlich auch ganz normal kaufen. Nach dem Video verlinkt man entsprechend alles und dann könnt ihr das entsprechend machen. Wenn es euch gefallen hat, dann macht es ihr gefällt mir, abonniert es mich, liked es mich, würde mich sehr freuen. Danke für die Aufmerksamkeit.